Tja, tja, wupp, tja, ta-da-da-da. So, diese Thematik ist klar, ne? Einmal bleiben. Jetzt soll man da ein Draufgehen. Und nur die Bewegung hier brauche ich mal machen. Wie ihr merkt, mache ich nicht so. Was natürlich tänzerisch, künstlerisch aus allen möglichen Tanzbereichen von mir aus dann als Styling gemacht werden kann. Wenn man es als Basis betrachtet, ist bei einem internationalen Bild hier, dass das hier so eher gängig ist. Von hier aus haben wir Folgendes. Das Thema ist nun hier, dass wir unsere Standbeingeschichte drehen können. Das heißt, unser Standbein, unser linkes Bein darf gedreht werden. Dazu mal bitte mit dem vorderen rechten Fuß hier einmal ankommen und diese Bewegung machen. Das rechte Knie bewegt sich gar nicht, es bleibt frontal nach vorne ausgerichtet. Nur die stehende linke Ferse hat ein Abheben, Ankommen, Abheben, Ankommen. Einige Male tun bitte. Diese Fähigkeit habt ihr als Lady besonders oft, die ihr halt eben einbauen dürft. Einmal bleibe, wenn, von hier aus einmal wechseln. Wechseln bedeutet, dass da wo gerade meine linke Ferse ist, da will meine rechte hin. Bei Hackenträgern mit hohen Schuhen wäre es hier übrigens. Dann kommt ein Wechseln. Machen wir das gerade mal ein paar Mal. Knie zeigt nach vorne. Klar, es gibt mehr Möglichkeiten, aber ich werde gerne gerade erst mal die hier. Oder generell für das heutige Programm. Und daraufhin links gebeugt lassen, bleiben und nur die rechte Standbein, Ferse darf hin und her gehen. Also, was ich am Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.